So dolla, hi Leute, willkommen zurück zu Dust Analystion Tale. Wir sind wieder da und es geht weiter mit dem lustigen Bienenschnetzelspiel. Wie man es halt kennt, der Ballast, der schnetzelt gerne alles kleine. Okay, das war dumm. Ich wollte nur testen, ob das im Vordergrund ist oder im Hintergrund. Ich möchte hierbei erwähnen, es ist im Vordergrund. Also im Hintergrund. Ah, genau da, wo wir laufen halt praktisch. So. Aruis. So, immerhin kriege ich drei Stück mit. Zum, äh, zum Probieren, dass ich die mitnehme. Okay, da haben wir erstmal eine Kiste. Die machen wir gleich mal auf. Links, unten, unten, unten. Oh, ein Detektivmantel. Ja, der Beste ist, dass mein Taucher eine ganze Ecke besser ist. Nein! Okay. Macht mal bumm da oben. Ich habe nämlich gerade erfahren, wir haben nicht allzu viel Zeit. Moin Händler, du auch hier. Ich bin hier. Ja, ich bin hier, um zu surfen. Okay. Ich möchte gerne Sachen verkaufen. Und zwar alles, was ich neu gefunden habe. Verfaultes Fleisch. Und dann ein paar lecker Knochen. Ektoplasma. Das ist doch Schleim, oder? Eine verirrte, ich habe auch verirrte Seelen, äh, habe ich zu viele. Und hier haben wir ein bisschen Maden. Kannst ein bisschen schön in Speck entwickeln oder so. Oder falls die asthmatisch sind, kannst du nie einen Stärkungstrank draus machen. Okay. So, er sprengt sich. Meine Bombe sprengt sich. Okay. Da ist doch schon wieder... Irgendwo ein Wolf. Und ist das eine von den Villen? Ja, das sieht so aus. Würde ich mal behaupten. Wir gehen erst mal dran vorbei. Wir können da nichts tun. Dann gehen wir rein. Guten Tag. Sie haben ein wunderschönes Haus. Nur ein bisschen gruselig. Genau deswegen meinte ich, dass es gruselig ist. Machen wir es komplett kaputt. Alles klar. Alter, wieso bist du so schnell, du Arsch? Hilfe! Geh weg! Ich mag dich nicht! Okay, okay, okay. Wir kommen weg! Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist das, was Cora über die gesprochen hat? Well, diese Cora-Winne besser starten, sich zu erklären. Ich kann nicht mehr denken, oder? Die hat auch irgendwas damit zu tun, mit der ganzen Kacke hier. So. Was ist das? Ein altes Gemälde. Die beiden lächeln zufrieden. Okay. Hey, ich kann klettern! Und hier gibt's Bienen. Kein Wunder, dass die Geiste sauer sind. Wenn hier Bienen umher schwimmen im Haus. Wird mich auch anpissen. So. Hier gibt's einen Schlüssel. Und hier gibt's noch Bienen. Mit Maden im Speck. Ich hab irgendwie Angst. Lass mich alle in Ruhe. Scheiß Bienen. Zack. Und... Mal hier drüber. Mehr... 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 Mehr Kombos. Oh, Level Up Yay Dann, was nehmen wir als nächstes Mehr HP wären schon auch schön Ach komm Nee, keine gute Idee Fidget lassen wir jetzt erstmal so Wir gehen jetzt erstmal auf Verteidigung noch mit Ja, warum, du hast doch gedacht Ja, das hat folgenden Grund Dass ich hier das da kaputt haben kann Nee, ähm Und zwar mache ich das damit Damit ich nicht zu viel Schaden mache Dass ich vielleicht ein tausender Combo schaffe Auch bei den aktuellen Gegnern Notiz des Dieners Heute hat er in seinem Büro gefrühstückt Ich denke, er hat die ganze Nacht dort gesessen Unser Gast ist heute Morgen auch gegangen Er sah aus wie ein Offizier Vielleicht gar wie ein General Was könnte die königliche Armee Nur von Meister Kane wollen Huh Ja, ja Okay Meister Kane also Vielleicht war das der Geist von Kane Beam So, ich hab Ich hab Angst vor einigen Gegnertypen Ah, okay Da haben wir eine Abkürzung Irgendwohin Zu einer Kiste Rutsch mehr, wo wir da durch Achso, jetzt sind wir wieder hier Okay, alles klar Grüner Resonanzstein Öffne die Tür Alte Frau Du bist mir ein paar Erklärungen schuldig Bitte find die Items Welche Items? Okay, ich behaupte jetzt einfach mal Ohne es zu wissen Dass dieses Bild Sie und ihren Ihren alten Also ihren ehemaligen Mann Darstellen wird Oder dargestellt hat Und dass sie praktisch mehr oder weniger Da auch mit dem Geist Oder was eigentlich sein wird Eine warme Brezel Oh, lecker Der mag sie nicht Warme Brezel Games Bauplan für eine Spektralfeste Ein bisschen Gold Und was zum Heil Au Woher ziehst du? Das So, komm Feuer öffnen Nein Gut, dass er uns zwei gegeben hat Das war übrigens der zweite Zwei von den Steinchen Die sehr praktische Items sind Ja, ja Definitiv Ich habe irgendwie das Gefühl Ich sollte hier noch ein bisschen Level Noch einer davon Bäms Stirb Kartoffel Ist das ein Grabstein? Ist das ein Grabstein? Mit einer leuchtenden Rose davor Die wahrscheinlich Die alte Frau hingebracht hat Was der Grab ihres Mannes sein wird Ich habe das Gefühl Das ist teilweise verbuggt Dieses durch die Luft wirbeln Wenn die Gegner überein stehen Würde ich jetzt einfach mal so ganz grob behaupten Anhänger der Schönheit Ich mache mir hier irgendwie so ein bisschen Sorgen Was jetzt mal auf mich zukommt Weil jetzt langsam halten die auch mehr aus Als ich es gewohnt bin Ach nö 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 Oh Nein Götte zerbrochen Oh man Oh man Nein Habe ich schon mal erwähnt Sprengviecher sind Wir gehen erst mal unten Hab mir ich gerade für einen anderen Weg entschieden Kommt So Mach mal so Mach mal so Mach mal so Mach mal so Jetzt mach mal hier Die Richtung Das Das Türchen auf So Hallo Was 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 Ernsthaft Ernsthaft Oh Gott Okay das reicht wirklich nicht ganz Das heißt Ich muss wirklich die Funken Ganz links holen So Fehlt aber nicht viel So Ihr kriegt alle was aufs Maul Ich mag euch nicht mehr Ich mag euch nicht mehr Der Choice Zombies Niemand mag Zombies Außer Zombie Fans So Dann nochmal ein bisschen was Feuer eröffnen So Dann nochmal ein paar Schüsse Okay Alles klar Oh Wie geht das hier runter Und zack Einmal was für euch Was ist da ein Schleimpanzer Bau Ich sage nichts als wäre es was was für mich wäre Ah hier geht es wieder hoch Ich will aber nicht hoch Ich will aber nicht hoch Ich will auch rüber Mendo Böses Spiel Ja wir arbeiten uns jetzt hier drin nach unten Das haben wir gut gemacht Um hier eine Bombenfrucht mitzunehmen Ganz klar Wer wird es anders machen Die wir dann nämlich hier oben brauchen Das habe ich nämlich gewusst Es war ja auch Absolut ersichtlich Dass man da so lange Alter das ist ja hier Hin und her Vom Feinsten Also ist schon schlimm Mehr Zauberviecher Jawoll Genau die Gegner Die ich irgendwie zu lieben gelernt habe Was war das? Scheiß Zauberviecher hey Ich glaube es ja nicht Das stimmt nicht mit euch Mistfiechern Nein Hilfe 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 Ich komme hier irgendwann anders nochmal wieder Um meine Kombo voll zu machen Habe ich ihn Meisterring der Wachsamkeit Ich glaube ich habe ihn Boah Also diese Zaubertypen sind echt Was mieses dann abschauen was es gibt Erstmal in die Höhle rein Ist nicht mehr so gewittert Ich mag keine Gewitter Und ich mag euch nicht Ihr seid doof Die ärgern mich Wo ist meine Mutti Och ne Nicht noch einer oder Ich meine das sind Zombies Hier hilft Bestimmt Feuer Gib mir Heilung Nein Nein Okay 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 Ganz cool Ganz cool bleiben Wir nehmen einmal das hier Und zerboffen unsere Verteidigung Ja Sind sie noch jemand durch Ich nämlich nicht mehr Okay Alles klar ich habe es verstanden Oh okay Wir haben in den Speicherpunkten Noch den einen Stein gehabt Sehr gut Boah Süß auch Sterbt alle Nein Bombentypen Was Leute Diese Bombentypen gehen mir auf den Sack Wir sehen uns nächstes Mal wieder Bis dahin Ciao